Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investoren, Newcomer. Was geht ab Leute? Ich hoffe euch geht es gut und ihr seid gut in diesen Dienstag reingestartet. Gucken wir uns den Markt mal an. Wir haben die 2,3 Billionen Marke leider nach unten gekreuzt, haben hier eine kleine Korrektur, einige Gewinne sind wohl realisiert worden und einige Investoren ziehen das Geld ein bisschen raus aus dem Markt, was ganz normal ist. Wir haben Bitcoin Dominanz, die am steigen ist mit 71,1%. Kurz bevor wir 2017 den All Time High erreicht haben, ist genau das gleiche passiert. Bitcoin Dominanz hat stark zugenommen und dann sind die Gewinne vom Bitcoin runter rotiert worden in die Altcoins und haben den gesamten Altcoin Markt zum Ausrasten gebracht und es sieht ähnlich aus auch jetzt in diesem Bullrun. Der Altcoin Markt, wie wir hier sehen können, korrigiert bis auf einige Ausnahmen etwas nach unten. Wir sehen hier fast nur rot, außer Bitcoin. Bitcoin hält sich stabil. Das kann daran liegen, dass eine Rotation jetzt von den Altcoins in Bitcoin rein gerade passiert, was ich für sehr wahrscheinlich halte, weil viele, viele Investoren, die neu auf dem Markt sind, die handeln halt genauso. Die gucken, oh Mensch, ich habe hier in Ethereum, in Cardano rein investiert und die gehen jetzt in Minus und Bitcoin ist so gut am steigen und ich switche jetzt rum zu Bitcoin und dann swappen sie ihre Altcoins in Bitcoin rein. Das passiert sehr, sehr oft. Und zu so einem Zeitpunkt, wo Bitcoin gerade dabei ist, seinen All Time Highs wieder zu erreichen, einen schönen Aufwärtstrend hat, kommt, wie ihr in der Thumbnail gesehen habt, Jamie Dimon und behauptet wieder, dass Bitcoin wertlos ist. Aber er ist nicht alleine gewesen. Seit 2018 behauptet Jamie Dimon das Jahr. Noch 2019 hat Kevin O'Leary genau das gleiche behauptet. Gucken wir uns das mal an. Okay, ihr habt Kevin O'Leary gehört. Er sagt, hey, versuch mal eine Transaktion in die Schweiz zu machen, dir deine Immobilie zu kaufen mit Bitcoin. Man hat diese Sicherheiten einfach nicht, weil es so volatil ist und für mich ist es nutzlos. Es ist Müll. Das hat er 2019 behauptet. Jamie Dimon sagt 2018 schon, dass das Bitcoin wertlos ist und es mir nicht interessiert, ob es auf 100.000 getradet wird, bis es auf 0 runter geht. Er hält es für wertlos. Hier wird auch gesagt, seine persönliche Meinung. Und das, was ich so eklig daran finde, was er hier tut, ist folgendes. Ich lese euch mal diesen unteren Bereich nochmal vor. Ich persönlich denke, dass Bitcoin wertlos ist, so Dimon laut Bloomberg News. Unsere Kunden sind Erwachsene. Sie sind anderer Meinung. So sind Märkte halt. Wenn sie Zugang haben wollen, um sich Bitcoin zu kaufen, können wir es zwar nicht verwahren, aber wir können ihnen legitimen Zugang bieten, der so sauber ist wie möglich. Was genau meint er damit? Er behauptet ja, Bitcoin wäre wertlos. Warum bietet seine Bank das dann an? Es bietet nicht direkt an. JP Morgan ist einer der Banken, die bei der SEC einen Antrag gestellt haben, für eine Lizenz ein ETF, ein Bitcoin ETF rausgeben zu können. Das heißt, er behauptet hier offiziell, dass es wertlos ist und dass es eventuell auf 0 fallen könnte. Das sagt er jetzt hier nicht in dem Artikel, aber das hat er oft genug behauptet. Und es ist ihm jetzt eigentlich egal, ob seine Kunden komplett daran verlieren werden oder nicht. Er sagt, es sind Erwachsene, die wissen schon, was sie machen. Hey, wenn du dir so sicher bist, dass es auf 0 geht, was bietest du das dann an? Endlich, endlich gibt es mal hier so einen Ansatz, wo man sieht, dass es den reichen Bankern vollkommen egal ist, wie der kleine Mann oder wie ihre Kunden verlieren können. Weil er ist, wenn er so felsenfest davon überzeugt ist, dass seine Kunden verlieren können. Ja, was bietet er das denn an? Warum bietest du das dann an? Es ist so, als ob er offiziell sagen würde, passt mal auf, mich interessiert das einen kehrichten Furz. Ob ihr gewinnt oder verliert, Hauptsache meine Bank gewinnt daran. Und das ist endlich mal schön, dieses wahre Gesicht dieser Banker zu sehen. Nichtsdestotrotz kann es auch anders gehen. Gucken wir uns mal an, wie sich Kevin O'Leary's Meinung zu Bitcoin und Kryptos 2021 geändert hat. Okay, was hat der gute Kevin O'Leary hier behauptet? Das Interview ging am Anfang noch ein bisschen. Da hat er gesagt gehabt, meine Meinung zu Bitcoin hat sich geändert, als sich die Regulatorien geändert haben. Und jetzt sagt er tatsächlich, Bitcoin beziehungsweise Kryptos wären der zwölfte Sektor beim S&P. Und was meint er damit? Der S&P 500, das sind ja die 500 stärksten Unternehmen der USA. Sie untergliedern sich ja in elf Sektoren. Diese Sektoren sind hier die Informationstechnologie, Finanzbereich, Gesundheitsbereich. Wir haben nicht Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter. Wir haben Industrieunternehmen, wir haben Energieversorger, wir haben reine Versorger, wir haben Rohstoffe, wir haben Immobilien und wir haben Telekommunikationssektor. Und jetzt sagt er tatsächlich, seiner Meinung nach gehört Krypto als zwölfter Sektor hier jetzt rein in den S&P 500. Wie gestört ist das? Wie krass kann man denn seine Meinung ändern? Und das ist auch okay. Er hat gemerkt, dass er falsch lag und hat seine Meinung geändert. Und das macht Jamie Dimon nicht. Das macht er einfach nicht. Warum nicht? Dieser, ich sag nicht was er ist, ist einfach unehrlich. Bitcoin ist eine riesen Konkurrenz zu ihren JP Morgan Coin. Weil die wollen ihren eigenen Coin auch kreieren oder entwickeln. Und einer der größten, größten Konkurrenten ist Bitcoin und der Kryptomarkt. Und darum redet er dem auch runter. Weil man Bitcoin einfach nicht kontrollieren kann. Es ist komplett dezentral. Und dagegen können sie halt nichts tun. Und statt einfach die Wahrheit zu sagen, redet er das einfach immer und immer wieder schlecht. Und zu welchem Zeitpunkt macht er das? Immer dann, wenn Bitcoin kurz davor ist, wieder sein Auto im Hals zu erreichen. Und das letzte Mal war es 2017. Genauso zu dem Zeitpunkt, wo Bitcoin nach der starken Korrektur anfing nach oben zu gehen. Da hat er das gleiche behauptet. Und dann ist der Markt ausgerastet. Hey, hoffen wir mal auch jetzt, dass das für seine Aussagen als Katalyste dafür sorgt, dass Bitcoin wieder durch die Decken geht. So, was macht Bitcoin in der Zwischenzeit? Bitcoin, schaut euch das mal an. Ist das schön anzusehen. Wenn wir die Fibonacci hier einmal ziehen, dann werdet ihr sehen, dieser rote Balken repräsentiert ja die Fibonacci Retracement Bereiche von 78,6 und 70,2. Und schaut mal, wen wir hier durchbrochen haben. Wir haben die 78,6 durchbrochen. Es wäre richtig schön geworden, wenn wir diese 59.000 pro Bitcoin noch einmal angetestet haben, bevor wir die Korrektur sehen. Aber schauen wir mal, ob sich diese ABC-Correction jetzt ereignet. Ich fand eine Sache sehr, sehr interessant. Wenn wir uns das mal angucken, was wir hier gemacht haben. Es ist eigentlich immer wieder so der gleiche Verlauf, wenn wir uns das angucken. Bitcoin korrigiert einfach einmal runter, wie in so einem Channel, wenn wir uns das mal angucken. Das hat er hier einmal gemacht. Und das hat er hier einmal gemacht. Jedes Mal, wenn wir einen starken Anstieg bei Bitcoin sehen, haben wir eigentlich so einen beinahe Parallel Channel, der sich hier entwickelt. Und wir sehen diesen starken Ausbruch. Wann haben wir das letzte Mal sowas gesehen? Schaut euch das mal an. Auch hier ist es fast immer das gleiche Pattern, was sich da bildet. Bitcoin korrigiert einmal stark runter. Ausbruch. Bitcoin korrigiert noch einmal stark runter. Hat hier wieder so einen Parallel Channel, kann man eigentlich schon fast sagen. Und was passiert? Das Ding geht wieder durch die Decke. Und wenn wir uns das angucken, wenn das der erste und das der zweite Move war. Dann ist das der erste und das der zweite Move. Wir haben den dritten und den vierten, wo wir den All-Time-High gebildet haben, noch vor uns. Wir sind gerade beim dritten. Das wäre natürlich richtig schön geworden, wenn wir den hier einmal angetestet hätten, hier oben. Bevor dieser dritte Move kommt. Und dann, schaut mal an. Ich habe mir gesagt, dann erwarte ich auch nochmal eine ABC-Correction hier. Was ist dann passiert? Wir haben den dritten Move gehabt und hier ist genau so eine ABC-Correction passiert, bevor wir den letzten Schub zum All-Time-High hatten. Und genau das erwarte ich hier eigentlich auch wieder. Es sieht ganz danach aus, als ob das kommt. Ich hoffe noch. Es wäre noch richtig schön, wenn wir diesen B-Lag hier antesten würden. Was meine ich die ganze Zeit, wenn ich diesen B-Lag meine? Ich nehme den hier mal raus. Wenn wir uns das angucken vom All-Time-High aus. Ich habe es euch schon in den letzten Videos gezeigt gehabt. Und diese Correction uns angucken. Dann ist das hier der B-Lag. Das wäre natürlich richtig schön gewesen, wenn wir den hier einmal antesten würden. mit dem Preischart, bevor wir diese ABC-Correction sehen. Weil dann hätten wir hier nochmal eine Bestätigung. Das wäre natürlich richtig schön geworden. Aber muss nicht sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass wir die 70,2 und 78,6 angetestet haben. Wir haben oft gesehen auf den Charts, dass das die Retracement-Bereiche sind, die wir knacken müssen, bevor wir einen starken Anstieg dann sehen können. Wir haben an diesen Stellen aber auch immer wieder Korrekturen vor uns. Und wie wir hier sehen können, ich habe es euch schon gesagt gehabt, beim RSI, der zeigt auch eindeutig, dass wir in einen überkauften Markt langsam reingekommen sind. Ich habe eigentlich gedacht, dass er noch ein kleines bisschen mehr steckt, bevor wir eine Korrektur sehen. Aber das kann eindeutig darauf hinweisen, dass der Markt einfach überkauft ist. Und dass wir eventuell sehen werden, dass einige ein bisschen Gewinne mitnehmen. Das ist ganz normal. Aber letztendlich, wenn man sich diese Strukturen anguckt, es passiert immer und immer wieder. Sieht für mich ganz danach aus, als ob sich das hier oben im großen Maß, hier im kleinen Maß einfach wiederholt. Okay Leute, ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Abend und Crypto Heroes out!